Hallo ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley Kryptobüschen. Heute natürlich mit dem Thema BitWavo, denn da ging es ab gestern Abend ein bisschen steil zur Sache. Zumindest doch virtuell in Telegram-Gruppen etc. Mein Handy ist heiß gelaufen, das kann ich euch schon mal sagen. Aber da komme ich später dazu, zu diesem Thema. Beginnen möchte ich natürlich immer wieder mit dem Hinweis, ich mache keine Finanz- oder Anlageberatung. Ich zeige euch nochmal auf, wohin sich die Welt bewegt. Und das ist Blockchain, Multi-Chain, Distributed Ledger Technology. Und merkt euch bitte genau den Ausdruck, denn jetzt wird es wirklich interessant. Beginnen möchte ich mit einer News von Ripple. Unsere Präsidentin Monica Long nahm letzte Woche am Newcomer Banking Summit in San Francisco teil. Um zu erörtern, was sich seit der SVB-Bankenkrise, also Silicon Valley Bank, ein Jahr später verändert hat. Und wie Blockchain und Krypto in Partnerschaft mit Banken und traditionellen Instituten den Zugang zu Finanzdienstleistungen grundlegend verbessern können. Natürlich höre ich jetzt die Stimmen. Ach, das ist doch alter Quark. Und das wissen wir schon alles mit TradeFi, also traditionellen Finanzwesen etc. Und wir sind ja jetzt im Dezentralen. Warum? Warum kämpfen die Banken denn so gegen XRP, gegen Ripple und die SEC? Wollt ihr mal wissen, wer hier wirklich die Bad Actors sind? Und unfassbar. The Daily HODL. JP Morgan Chase zahlt Strafe in Höhe von 348.200.000 US-Dollar und bekommt Erlassungsverfügungen wegen, Zitat, unsicherer oder unsolider Bankpraktiken. Das kann man sich gar nicht mehr ausdenken. Die Federal Reserve und das Office of the Comptroller of the Currency belegen den Bankenriesen JP Morgan Chase in einer koordinierten Durchsetzungsmaßnahme mit einer Geldstrafe in Höhe von, wie gesagt, 348.200.000 US-Dollar. Sowohl die FED als auch die OCC sagen, JP Morgan habe in Bezug auf sein Handelsüberwachungsprogramm unsichere oder unsolide Bankpraktiken praktiziert. Okay, aber gehen wir mal runter und ich möchte euch jetzt nicht diesen ganzen Artikel vorlesen. Ich möchte nur noch auf den letzten Absatz gehen, das müsst ihr euch reinziehen. Seit dem Jahr 2000 hat JP Morgan Chase insgesamt 39,34 Milliarden US-Dollar an Geldbußen bezahlt, die von US-Regulierungsbehörden, Vollstreckungsbehörden und Klagen im Zusammenhang mit wettbewerbswidrigen Praktiken, Wertpapiermissbrauch und anderen Verstößen verhängt wurden. Es ist anscheinend Usus bei denen, dass dann einmal ein paar Millionen E-Mails verschwinden, gerade wenn es dann interessant wird, im Fall der SEC vs. Ripple und Hinman und Clayton und was weiß ich, nicht mehr zu fassen. Vielleicht war dieses Schuldeingeständnis bzw. diese Schuldzahlung der Grund, warum Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, jetzt noch einmal so 150 Millionen Dollar eingeheimst hat, indem er seine eigenen Aktien verkaufte. Nun ja, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Sollte man ihm das nachweisen können, wäre es tatsächlich Insiderhandel. Kommen wir mal von einem zum anderen. Die USA wollen mit jahrzehntelanger Haftstrafe ein Exempel an Sam-Bankman-Fraud-Fried statuieren. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von 40 bis 50 Jahre für Sam-Bankman-Fried, wegen seiner mutmaßlichen Rolle beim Zusammenbruch der Kryptobörse. Ich will euch den ganzen Artikel nicht vorlesen, wir haben heute Wichtigeres, am Start nur so viel. Ich habe den Verdacht, dass wenn der Type verklagt oder verurteilt wird und der dann einfährt, dass irgendein demokratischer Präsident ihn dann begnadigen wird. Nun gut, Sam-Bankman-Fried wird wahrscheinlich für Trump stimmen und die Eltern, oder für Biden, damit er noch ein bisschen länger im Amt bleibt. Denn in einem Jahr, oder nicht mal einem Jahr, Sam-Bankman-Fried zu begnadigen, wird nicht so einfach funktionieren. Da gibt es dann wirklich Randale. Der hat Abermillionen Schaden verursacht. Da haben viele, viele Menschen ihr Geld verloren. Durch das Verhalten der FTX-Börse. Na gut, machen wir mal weiter. Schaut euch das an. Der XRP-Handel beginnt an einer Börse, die beim US-Finanzministerium registriert ist. Ein Artikel von The Crypto Basic. XRP hat sich eine bemerkenswerte Notierung an der Atlantis Exchange gesichert, einer Kryptohandelsplattform, die beim US-Finanzministerium registriert ist. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf X gab Atlantis Exchange bekannt, dass es XRP in seine Liste der unterstützten Kryptowährungen aufgenommen hat. Konkret begann XRP am 17. März mit dem Handelspaar USDB, mit dem Handel auf der Plattform. Jetzt muss man allerdings zwei Dinge pro und kontra. Gleichzeitig gab Atlantis Exchange hervor, dass XRP ein Krypto-Asset ist, das grenzüberschreitende Zahlungen erleichtert. Die sind da extrem bullisch unterwegs. Allerdings, anhaltende Besorgnis über die Atlantis-Börse. In der Zwischenzeit ist erwähnenswert, dass einige Kryptomarkt-Teilnehmer Zweifel an der Zuverlässigkeit von Atlantis Exchange geäußert haben. Insbesondere gab es Vorwürfe, die die Börse als Betrug bezeichneten, wobei die Nutzer Schwierigkeiten beim Abheben ihrer eingezahlten Tokens anführen. Diese Bedenken haben sich im Laufe der Zeit hartnäckig gehalten. Immer schön vorsichtig. Aber jetzt komme ich gleich mal auf Bitwavo. Kommen wir von einem Exchange auf die andere. Was war denn gestern los? Ich habe einen Affiliate-Link. Ich mache ja auch keine Werbung. Ich sage ja immer, Leute, ich betone es immer wieder, recherchiert. Jetzt ist es so, dass ich keine Werbung mehr praktisch für Neukunden machen kann. Denn Menschen mit Wohnsitz in Deutschland können sich dort nicht mehr registrieren. Na gut, komme ich mal zu der Meldung, die ich da mal, eine Meldung, die ich da rausgekramt habe. Und die war von knapp über einem halben Jahr. Kryptobörse Bitwavo plant Deutschland-Expansion. Bitwavo beantragt eine Kryptoverwahl-Lizenz bei der BaFin. Als ersten Schritt hat Bitwavo im Mai seinen Antrag bei der Deutschen Finanzaufsicht BaFin für eine Kryptoverwahl-Lizenz eingereicht. Wann die Genehmigung kommt, ist derweil unklar. In einem Fall hatte es 482 Tage gedauert, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete. Bislang vergab die Aufsicht sieben Lizenzen. Es gibt allerdings noch rund 20 Anträge, die bei der Aufsicht liegen. Darunter beispielsweise die Deutsche Bank. Bitwavo-Gründer Nouvelle Stien hofft darauf, im ersten Halbjahr 2024 das Go von der Aufsicht zu bekommen. Also, nur Menschen mit Wohnsitz in Deutschland können sich dort nicht neu registrieren. Während alle anderen dort weiterhin Handel betreiben können. Auch ich. Und alle anderen, die bereits dort als Kunden registriert sind. Falls ihr jetzt denkt, dass das von der BaFin kommt oder dass da irgendwas Ärgeres ist. Leute, geht auf die BaFin Homepage. Gebt Bitwavo ein und geht auf Suche. Ihr werdet nichts finden. Absolut nichts. Keine Warnung. Keine irgendwie super Vorsicht. Und was weiß ich. Also, ich gehe davon aus und ich habe ein längeres Gespräch mit Bitwavo heute geführt. Geht ein ganz lieber Gruß raus an die gute Dame. Wir werden Ende April nochmal miteinander telefonieren. Wegen Community-Treffen. Es geht einfach wirklich nur um regulatorische Besonderheiten, die wir halt in Deutschland haben. Und hier ging es ausschließlich gestern um Risikominimierung. Warum das so ad hoc erfolgt ist, kann ich euch leider nicht sagen. Was ich allerdings weiß, dass im Eurotrade Bitwavo in Europa Platz 1 ist. Da ist niemand größer. Die machen ja nicht mit USDT und USDC. Nein, man überweist Euro und kauft dann seine Coins und Tokens. Eurotrade, da ist sie absolut Platz 1. Da arbeiten ohne die Freelancer über 250 Menschen. Die werden sich ihren Platz an der Sonne sicherlich nicht nehmen lassen, indem sie irgendein Risiko eingehen. Denn auch Bitpanda hatte, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, ich habe das versucht nochmal zu finden, Leute, verzeiht mir das. Es gibt Bitpanda eine, die stößt nur noch auf den Rekordmeister FC Bayern München, die jetzt da eben Werbung machen. Für Bitpanda. Nun gut, ich habe es leider nicht mehr gefunden, aber da war schon mal was. Und das ging auch mit regulatorischen deutschen Besonderheiten zusammen. Und wir sehen, was jetzt passiert. Der FC Bayern München macht Werbung für Bitpanda. Also ich bleibe jetzt mal ruhig, ich bleibe entspannt. Und wenn ich nochmal auf was hinweisen darf, Leute. Es gibt Hardware-Wallets. Solltet ihr dort Kunde sein und habt dort Coins und Tokens, zieht sie auf die Hardware-Wallet. Ich habe unten ein Affiliate zu Ledger, was ich sehr empfehle. Ich mag dieses Teilchen. Aber auch kommt jetzt noch dann eine zweite Hardware-Wallet dazu. Ich habe mich für Tangem entschieden, weil das ist relativ nice, finde ich ganz gut. Wie das funktioniert, ist auch günstiger in der Anschaffung. Aber da gibt es dann auch nochmal ein paar mehr Infos darüber. Also, Leute, erst mal durchatmen. Lasst euch nicht verrückt machen von irgendjemandem. Euer Geld ist dort sicher. Das ist eine Stiftung. Dürft ihr nie vergessen, dass Bitwavo auch eine Stiftung ist, die die Gelder dort eben liegen haben. Es ist versichert. Man kann davon ausgehen, dass es safe ist. Außer die werden natürlich gehackt. Aber auch da. EU-reguliert 100.000 Euro versichert gegen Hacks von außen. Also, tief durchatmen. Die werden jetzt mal warten, was die nächsten Wochen passiert. Ich werde mich nicht abwenden von Bitwavo. Ich werde allerdings vielleicht mal gucken. Vielleicht gibt es dann eben für die Newcomer ein paar andere Börsen, die auch legit sind und richtig nice performen. Hat natürlich auch was mit Gebühren zu tun. Aber bitte habt da weiterhin etwas Geduld. So, kommen wir mal von Atlantis und Bitwavo. Kommen wir mal zu der Obersuperregulierungsbehörde. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Ganz interessanter Stoff. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich greift Krypto an. So will man öffentliche Blockchains tot regulieren. Geht es nach der Bank für internationalen Settlements, dann dürfte es in Zukunft keine Wertpapiertokenisierung mehr auf öffentlichen Blockchains wie Ethereum geben. Über die Gefahren für den Kryptosektor und worauf es jetzt ankommt. Und da ein kompletter Bericht. Ich habe euch gesagt, oder wie immer, ihr könnt den natürlich durchlesen. Hier geht es bei der BIS Einstufung, ein Verbot durch die Hintertür. Konkret geht es darum, dass die Basler Aufsicht für Bankenaufsicht, die CBB, der Teil der BIS ist, für tokenisierte Wertpapiere und Stablecoins eine deutlich höhere Risikogewichte der Eigenkapitalunterlegung bei der Nutzung öffentlicher Blockchains vorsieht. Das bedeutet, dass es für Banken zukünftig nicht mehr wirtschaftlich darstellbar wäre, eine Tokenisierung auf Ethereum, Polygon, Solana und Co. vorzunehmen. Es handelt sich also nicht um ein direktes Verbot, sondern um eine Überregulierung, die allerdings zum gleichen Ergebnis führt. Schließlich wird keine Bank bereit sein, ihre digitalen Wertpapiere 1 zu 1 mit Eigenkapital zu hinterlegen. Für ein Finanzinstitut wäre es wirtschaftlicher Unsinn, eine Anleiheemission von 100 Millionen Euro mit 100 Millionen Euro Eigenkapital zu hinterlegen. Schließlich müsste sie auf herkömmliche Wege nicht tun, müsste sie dies. Eine Tokenisierung wäre dann nur noch über geschlossene, zentral kontrollierbare Infrastrukturen wirtschaftlich darstellbar. Jetzt wird es interessant, Freunde. Die BIS bzw. der BCBS begründet diese Klassifizierung durch erhebliche Risiken öffentlicher Blockchains. Dabei geht es um drei Kernrisiken, die die Benachteiligung von Blockchains legitimieren soll. Blockchain-Infrastrukturen wären von unregulierten Dritten abhängig. Hmm, okay, unregulierten Dritten abhängig, Ethereum, China, ETHGATE? Kleiner Einwurf von mir. Eingeschränkte Möglichkeiten in der Überwachung. Und weiterführende Risiken, die sich unter anderem in den Bereichen wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Privatsphäre ergeben. Die BIS versäumt es allerdings, ihre Vorhalte substanziell zu begründen. Es wird nicht hinreichend erklärt, warum die bestehenden Standards der Verbriefung sowie geschlossene Distributed Ledger Technology Systeme sicherer sein sollen als Wertpapierabteilungen auf einer Blockchain. Die zentralisierten Standards werden als schlichtweg sicher vorausgesetzt, ohne eine Abwägung oder Vergleich zu Blockchain-Infrastrukturen zu ziehen. Hmm, also, worüber reden wir hier? Bevor die Werbung kommt, gehen wir da mal raus. Das bedeutet, die öffentlichen Blockchains wie Solana, Ethereum etc. werden von der BIS und es ist die Zentralbank der Zentralbanken als nicht sicher genug eingestuft. Währenddessen natürlich Distributed Ledger Technology hier sehr gerne genommen wird und vor allem in geschlossene, in Private Chains, in Nebenketten, die einfach privat sind. Hier sehen wir, wo es hingeht. Die Zentralbanken wollen keine öffentliche Nachvollziehbarkeit der Zahlungen. Da sitzen halt einmal die richtig Großen drin. Und das geht halt nur, wenn es nicht öffentlich ist. Ist das jetzt von meiner Weite her schlimm? Ich bin XRP Maxi. Nein. Ich bin Fan von Distributed Ledger Technology, weil es einfach schneller, sicherer und günstiger ist als alles andere. Aber jetzt kommt natürlich die BIS und sagt, na, Moment, wir arbeiten ja mit Quant, wir haben Verbindungen, ich darf nur an Projekt Roseland verweisen. Ein Quant ist da auch drin, ein ISO 222, konformer Token. Und da geht es um Interoperabilität und dann geht es eben um DLTs und etc. pp. Ihr könnt euch ausmalen, was ich meine. Die Welt wird Blockchain und die Welt wird DLT. Bleiben wir mal bei DLT und bleiben wir bei XRP. Die Phase 2 ist gestartet. Das Pilotprojekt digitaler Hongkong-Dollar erforscht das Potenzial von Programmierbarkeit, Tokenisierung und mehr. Ripple ist ein Teilnehmer der Sandbox. Zusammen mit anderen wie Alipay, der Bank of China und Mastercard Asia. Auch hier, Tokenisierung, digitale Zentralbankwährung. Hier, Hongkong hat eine Lizenz vergeben an Ripple. Was soll ich sagen? Für mich ist es vollkommen klar, dass die Zukunft eben in diese Richtung geht. Bleiben wir bei Ripple. Kommen wir zu Stuart Alderotti. Top-Anwalt von Ripple. SEC droht eine weitere Niederlage. Der Versuch der SEC, die Offenlegungsregeln für den Klimaschutz durchzusetzen, scheitert an der Aussetzung der Fragen des Fifth Circuit Court. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier geht es nicht um Krypto. Hier geht es um die ESG-Vorschriften, die Gary Gensler und die SEC der kompletten Wirtschaft in Amerika einfach mal drüber stülpen wollte. Das kostet halt mehr als ein Drittel an bürokratischen Geldern. Die Kosten sind nicht mehr zu fassen. Falls ihr euch jetzt fragt, reden wir jetzt über Deutschland oder reden wir jetzt über Amerika? Nein, wir reden über Amerika. Gary Gensler von der SEC hat hier ein Regelwerk geschaffen, Dass jedem, der in einer Produktionskette drin ist, einfach mal so ein Bullshit überstülpt, das ist gar nicht mehr in Worte zu fassen. Das bedeutet, wenn ich mittendrin in der Produktionskette bin, muss ich nachweisen, was mein Lieferant an ESG-Daten raushaut, CO2, Emissionen etc. Ich muss komplett nachweisen, was ich da fabriziere und der, an dem ich meine Produkte hinschicke, mein zwischenhergestelltes Produkt. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was das soll. Hier wird einfach nur mal Bürokratie par excellence geschaffen, was einfach nur einen Haufen mehr Geld kostet, was die Inflation noch mehr nach oben treibt, Denn der letzte in der Nahrungskette zahlt die Zeche. Bleiben wir bei Gary Gensler. Kommen wir zur Krypto. Stefan Huber. Gruß in die Schweiz übrigens. Gary Gensler lehrte die Öffentlichkeit, dass Joseph Lubin 10% des ICO für sich selbst gekauft hat. Er sagt dann auch 9,5%. Und 10% der Enterprise Ethereum Foundation, Stiftung wohlgemerkt. So, was ist seine Quelle? Joseph Lubin behauptet, er habe nie auch nur ein halbes Prozent des Ethereum-Angebots besessen. Was hat es also mit diesen 10% auf sich? Und woher wusste er es, wie Lubin eben sagte, um alle Großinvestoren zu verschleiern? Steven Nirov hat da sehr schön reagiert, kurze Zeit später, und schrieb, In der Zwischenzeit hat er ein Ethereum-ETF immer noch am Horizont sichtbar. Gary Gensler selbst bestätigt, dass Joseph Lubin 9,5% des ICOs erworben hat, trotz Lubins Dementi. Wenn Ethereum als Wertpapier betrachtet wird, dann wäre dies ein offensichtlicher Fall von Wertpapierbetrug. Lubin, der die Bedingungen verfasst hat, hat sie mit diesem Verhalten verletzt. Seine Handlungen sind kriminell und eine eklatante Missachtung seiner eigenen früheren Behauptungen, dass ein solches Verhalten unzulässig sei. Lubin-Status als Angestellter macht die Situation nur noch deutlicher. Ethereum ist eine grundlegend fehlerhafte Plattform, die auf einem Fundament aus Täuschung und Fehlinformationen aufgebaut wurde. Sie stellt eine ernsthafte Bedrohung für die finanzielle Sicherheit und das Wohlergehen der Investoren dar. Und alle Projekte, die darauf aufbauen, laufen Gefahr, katastrophal zu scheitern. Das alte Thema. Ethereum, die Kette, ist im Layer-2-Bereich und Smart Contracts einfach einmal eine Granate. Nicht vergessen. Wird es jetzt untergehen? Nein. Wird es Auswirkungen um Wellen schlagen? Sollte sich das alles bewahrheiten? Dann müssen wir uns halt einmal anziehen. Es ist dann wie das FTX-Börsendebakel von Sam Bankman-Fried, was wir dann eben im Jahr 2022 erleben mussten. Auch da werden wir durchgehen und die Ethereum-Kette wird bleiben. Die Verwicklung allerdings zwischen Amerika und China, die ist besorgniserregend. Und das sehen wir gerade an diesem Kampf gegen TikTok. Wir sehen also hier in Amerika einen Kampf gegen eine Social-Media-Plattform, die wohl Bugs in sich hat, die dann eben Daten von Amerika nach China schickt. Jetzt soll TikTok gezwungen werden, die Plattform zu verkaufen. Was ist dann das nächste Ziel? Ex von Elon Musk, der Dauer, der beim Streit liegt mit den Dems, mit der Regierung. Kommt euch das bekannt vor? Wieder die Frage. Wo sind wir jetzt? In Amerika oder in Deutschland? Denkt mal drüber nach. Das war es von mir. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Es war ein bisschen ein längeres Video. Auf den Abspann verzichten wir heute. Und nochmal abschließend. BitWavo bleibt locker. Wir warten einfach mal ab, was da jetzt passiert. Da werden sehr viele jetzt runtergehen. Ich empfehle euch, sendet es an eine Hardware-Wallet. Seid vorsichtig. Not your keys, not your coins. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall Werdezeit und bleibt gesund. Und es ist das höchste Gut, das wir haben. Und ihr seht uns dann im nächsten Video oder vielleicht morgen 19.30 im Livestream. Ciao, Freunde.